Sie können ja drüber nachdenken und dann sehen wir. So, gibt es da erstmal Fragen zum letzten Mal? Wünsche, Anregungen, Kommentare? Weiß noch einer, wo wir aufgehört haben? Ganz genau da haben wir aufgehört. Ziemlich genau da, ne? Also wir sind ja eigentlich rasend schnell durch das Thema Felder, Wellen und Leitungen, Wellen auf Leitungen durchgegangen. Rasend schnell auch deswegen, weil das ja eigentlich im dritten Semester oder vierten Semester schon für Sie gemacht wurde. Also das war jetzt ja nur nochmal so eine ganz kleine Auffrischung mit ein paar Bildern. Und wo ich aber intensiver nochmal durchgehen möchte, weil ich denke, dass man das richtig verstanden, also da braucht man ein Gefühl dafür. Das ist nochmal das Thema Wellen auf Leitungen. Deswegen auch diese Animationen hier, die wir uns nochmal relativ detailliert angucken. Und ich meine, dass das Sinn macht. Wir haben uns das letzte Mal uns das hier angeguckt, wenn die Sinuswelle in einem 50 Ohm Abschluss läuft. Das heißt, da passiert eigentlich nichts. Sie haben eine reine Wanderwelle. Und an jeder Stelle, das ist das Entscheidende, an jeder Stelle hier kommt das Maximum mal vorbei oder das Minimum mal vorbei. Es gibt da also auch, man sieht es ja auch, das wandert einfach von links nach rechts und verschwindet dann die Energie. Das ist der Fall, wenn die Leitung oder der Abschluss der Leitung hier dieselbe Impedanz hat wie die Leitung. Wenn Sie das krass anders machen, dass Sie das in Kurzschluss laufen lassen, also 50 Ohm auf 0 Ohm, dann nochmal, Spannung hat einen Knoten hier. Der Strom kriegt eine Überhöhung um den Faktor 2, also wird doppelt so groß wie vorher. Das muss aus den Randbedingungen folgen. Und dann haben Sie eben stehende Wellen. Also jetzt haben Sie zwar gesehen, das Ding wanderte hier irgendwie an, aber dann, aufgrund der Reflexion, hat sich eben was Stehendes ergeben. Und das eigentlich Spannende an dieser stehenden Welle ist jetzt, dass Sie periodisch die gleichen Verhältnisse wiederfinden wie am Ende. Also hier war ein Kurzschluss und nach Lambda halbe sieht das ganze Ding wieder aus wie ein Kurzschluss. Also hier ist die Spannung 0 und zwar immer und zu jeder Zeit. In der Mitte dazwischen aber ist sie genau das nicht, sondern da ist die Spannung maximal, da hat die Spannung eben den Bauch. So, jetzt gucken wir uns schnell dahinter und das war das, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Jetzt gucken wir uns die Situation noch an, wenn wir da das Gegenteil haben, nämlich die Öffnung, also das Ding leerlaufen lassen. Durch einen Leerlauf kriegen Sie keinen Strom getrieben, deswegen ist der Strom hier 0. Die Spannung hat, wie vorher der Strom, die Faktor 2 Überhöhung. So, und wenn Sie sich das jetzt nochmal angucken, dann finden Sie hier den Bauch nach Lambda halbe wieder, ebenso den Bauch. Und hier irgendwo dazwischen oder in der Mitte dazwischen, also sprich nach einer Viertelwellenlänge, Abstand von hier, finden Sie einen Spannungsknoten. So, das Interessante daran ist jetzt, dass Sie, wenn Sie hier einen Leerlauf haben, das ganze Ding nach Lambda Viertel aussieht wie ein Kurzschluss. Also wenn Sie hier jetzt eine Messung machen an der Stelle, dann können Sie eigentlich nicht unterscheiden, ob Sie an einem Kurzschluss sitzen oder Lambda Viertel von einem Leerlauf entfernt. Wenn Sie jetzt hier das machen, dann könnte man letztlich sagen, Sie können nicht ernsthaft entscheiden, ob Sie tatsächlich an einem Leerlauf sitzen oder Lambda halbe von einem Leerlauf entfernt oder Lambda Viertel von einem Kurzschluss entfernt. So, und N-fache, Vielfache natürlich, oder ganzzahlige Vielfache von dem, was ich gerade gesagt habe, natürlich. So, das sind jetzt eigentlich die pathologischen Fälle, also da, wo es wirklich an die Grenzen geht. Müssen wir mal gucken, was bietet schon da 3. Bietet gar nichts. Gucken, welches da noch definiert hatten. So, machen wir mal was dazwischen. Nämlich 110, das sind vordefinierte Setups. So, jetzt haben wir hier so eine Mischform. Also da ist ein hochohmiger Widerstand an der Seite, das sind 300 Ohm. Hier geht also in Richtung Leerlauf, wenn Sie so wollen, aber ist natürlich noch kein Leerlauf. So, jetzt sehen Sie, wie die Berge so umeinander drum herum tanzen. Und wenn Sie sich so ein bisschen darauf einlassen, dann erscheint das so, als wenn es so einen Teil der Welle gibt, der wandert dann mal nach rechts, vielleicht sogar schubweise. Also so erscheint, das ist natürlich nicht so. Und ein anderer Teil, der bleibt konstant. So, was sieht man jetzt hier? Es geht Richtung Leerlauf. Ja, ist ja auch hochohmiger, 300 Ohm als 50. Sie kriegen hier eine Spannungsüberhöhung wieder, wie beim Leerlauf, aber nicht bis zur 2 hin, sondern ein bisschen weniger. Und Sie kriegen auch hier in Lambda-Viertel-Entfernung, ja, was Niederohmiges hin, also sprich ein Spannungsminimum. Das ist ein Minimum, ein richtiger Knoten ist es ja nicht, ein Minimum hier, das nicht auf die Null zurückgeht. Das war eben auch nicht Null zugegebenermaßen, lag an der Diskretisierung. So, war halt so. Aber wenn Sie das wirklich verfolgt haben, dann konnten Sie feststellen, dass es da Nulldurchgänge gab. Wie angenagelt stand ja da die Null. So, das heißt, Sie haben hier so einen Mischfall, irgendwas dazwischen. So, aber dasselbe oder ähnliches tritt hier jetzt wieder auf. Man könnte das jetzt ja umrechnen, welcher Widerstand denn das hier jetzt wäre. Sie können also auch wieder nicht entscheiden, sind Sie jetzt tatsächlich bei so einem Widerstand. Ich habe nicht ausgerechnet, könnte ich aber tun. Sind Sie an so einem Widerstand oder sind Sie Lambda-Viertel von dem Leerlauf entfernt? So, was haben wir noch? Und jetzt kommen wir eigentlich in das, was es noch interessanter macht. Wir haben nach wie vor eine 50-Ohm-Leitung, 300-Ohm-Widerstand hier hinten. Wir schicken eine Welle drauf, die muss ja jetzt ein bisschen komisch anfangen. So, und dazwischen haben wir ein Lambda-Viertel langes Stück einer Leitung mit einer Impedanz von 122 Ohm. Steht da oben übrigens auch. Sonst sieht das auch nicht aus dem Kopf. Jetzt warten wir das mal einen Moment ab. So, man kann das jetzt schon so ein bisschen ermessen. Ja, da ist es auch schon fertig. Sie haben hier das Verhältnis zwischen Spannung und Strom, das man eben bei 300 Ohm hat. So, Punkt. Gibt es ja vor U gleich R mal I, gibt das ja vor. Hier haben Sie jetzt eigentlich nur noch eine Wanderwelle. Also bis auf kleine Unterschiede hier. Das liegt doch daran, dass man es vielleicht nicht so ganz genau getroffen hat mit der Anpassung. Aber hier gibt es einen ganz kleinen Unterschied zwischen dem Amplituden-Maximum und dem Amplituden-Minimum. Also diese ausgeprägte Knoten-Berg-Geschichte, die wir eben hatten, bei den 300 Ohm direkt dran gepatscht, haben wir hier jetzt nicht mehr. So, das heißt also, Sie haben es jetzt geschafft, dass es hier eine Wanderwelle gibt, während es hier die 300 Ohm gibt und hier immer noch die 50 Ohm Impedanz sind. Und das machen Sie mit dieser Lambda-Viertel-Anpassleitung hier dazwischen, die in diesem Fall 122 Ohm haben muss. Ausreden tun wir das bei ja auch noch. Nehmen wir erstmal hin, dass es so sein muss. Und Sie sehen, wie hier die Spannung im Prinzip hoch transformiert wird. Deswegen nennt sich das auch den Lambda-Viertel-Trabung. Das, was Sie hier jetzt sehen, ist eine Lambda-Viertel-Anpass-Schaltung. Der sogenannte Lambda-Viertel-Trafo, ich weiß nicht, ob der im dritten, vierten Semester mal behandelt wurde. Und hier sieht man es jetzt eben nochmal grafisch, was da passiert. Dass eben die Spannung hoch transformiert wird, respektive der Strom, der ist ja immer rot, der Strom runter transformiert wird. So, dass eben die Verhältnisse optimal sind für 300 Ohm. So, was passiert hier drin, das gucken wir uns nochmal an. Ganz in Ruhe. So, jetzt kommt die erste Teil der Welle an. Es ergibt sich jetzt natürlich eine Stehwelle links. So, die geht ganz rechts durch. Auch rechts gibt es eine Reflektion hier an der Seite, gibt es eine Reflektion wieder, die das Ganze nach da links packt. Nur, die Welle von hier und die Reflektion, ne Moment, die hier reflektierte Welle und da nochmal zurückreflektierte Welle, überlagert sich jetzt mit dem, was wir hier drin haben, genau so, dass die 300 Ohm-Verhältnisse erreicht werden. Und diese Welle, die hier reflektiert wird und die Welle, die da reflektiert wird, überlagert sich natürlich hier. So, dass es dazu, ja, dass es hier zur reinen Wanderwelle kommt. Dass das hier so aussieht, als hätten sie 50 Ohm hier angeschlossen. Also, wenn sie hier an der Stelle jetzt sind und hier messen, können sie nicht entscheiden, haben sie hier Lambda Viertel 122 Ohm und dann 300 Ohm oder haben sie 50 Ohm hier, ne? Also, die Anpassung liegt einfach vor. Die Herausforderung ist natürlich, dass das Ganze natürlich nur für eine Frequenz gilt. Wenn ich jetzt mal spaßeshalber die Frequenz verdopple, dann ist das ja nicht mal Lambda Viertel lang, sondern Lambda Halbe, ne? Ja, und dann, eigentlich könnten wir jetzt erstmal ein Quiz machen, was die Vorhersage ist. Ja, genau, ne? Also, dann sieht er hier wieder die 300 Ohm eigentlich, ne? Und dann haben sie dieses Konglomerate aus Stehwelle und, hier sieht man sehr schön, wie die so, die Berge so umeinander drumherum wandern. Sieht man jetzt auch eigentlich sehr schön, dass dieses Teil hier jetzt fast unsichtbar erscheint, ne? Mittlerweile eine halbe lange. Also, die Verhältnisse sind jetzt überall eigentlich durchgängig, als wenn es jetzt irgendwie gar nicht da wäre, ne? So, sieht man jetzt hier nochmal, sie haben wieder ausgeprägte Maxima und so ein Knoten da in der Mitte, ne? Wollen Sie noch mehr sehen, oder? Lieber nicht. Ja, also wenn, dann habe ich noch mehr, ne? Na gut, das ist jetzt auch nur eine Spielart. Also, hier wird jetzt, ähm... Hier haben wir 50 Ohm Leitung, hier haben wir 122 Ohm Leitung und hier haben wir 222 Ohm Widerstand, also eine Anpassung dieses letzten Leitungsstücks, ne? So, und dann sehen Sie natürlich, dass Sie hier eine Weine Wanderwelle haben, da ist schön alles in Phase, Spannung und Strom, ne? Die wandert da einfach von links nach rechts durch. Ist ein bisschen hoch transformiert worden, oder es gibt andere Verhältnisse zwischen Spannung und Strom, als auf der 50 Ohm Leitung. Auf der 50 Ohm Leitung sehen Sie aber aufgrund der Reflexionsstelle hier, dass das so ein Stehwellengemisch ist, ne? So, also ist jetzt, man hat es nochmal gesehen, aber, ja? Also, das Problem hat man ja nicht immer, wenn man einen Anpassung kriegt, und bei der anderen Leitung sind es wieder und so. Also, wenn Sie es falsch machen, ja. Ja, also wenn Sie zwei Leitungen einfach aneinander packen, also, was weiß ich, der Standard wäre ja, Sie haben eine 50 Ohm HF Leitung und schließen da eine 75 Ohm Leitung an. So, dann haben Sie genau diese Verhältnisse hier, ne? Was ich hier jetzt zeige, hier ist es jetzt mit 122 Ohm gezeigt, aber bei 75 ist das ja prinzipiell nichts anderes. So, aber Sie können natürlich da auch eine Anpassung dazwischen bauen, ne? Also, Sie könnten ja etwas bauen, was eben diese hier 50 Ohm auf die 122 Ohm richtig anpasst. Und dann hätten Sie das Problem nicht. Also, so ein Lambda-Viertel-Trafo wäre eine Möglichkeit. Sie meinten das, was ich eben gesagt habe, was... Ne, da ist sie nämlich nicht. Warte mal, müssen wir gleich mal stoppen. Die ist bei 111. So, das, was Sie da sehen, ist aber minimal. Also, es liegt einfach daran, weil ich es jetzt nicht ganz genau getroffen habe und nicht ganz sauber, ne, gerechnet habe. Also, wenn Sie da jetzt sagen, da haben Sie noch eine Stehwelle, das ist so nahezu unfair, weil die ist fast weg. Da sehen Sie es auch, die beiden sind jetzt nicht so ganz in Phase, das ist sicherlich richtig, aber fast eben, ne? Also, das ist... Ja, vielleicht ist das auch hart ausgedrückt, aber sowas in der Richtung, ja. Ja, das sind Sie ja sowieso. So, also, wenn Sie in oben schon Widerstand haben, sind Spannung und Strom in Phase, da können Sie sich auf den Kopf stellen. Damit kann man zwei Semester gut foppen. Wenn man einfach mal fragt, wie ist der Kurs und das Vieh am Widerstand? Da rechnen Sie irgendwas aus, dann kommt da irgendwas raus. Aber ihr könnt doch einfach hier eins hinschreiben. Also, die Frage war ein bisschen verklausuliert, aber... Naja, eingefallen. So, also sehen Sie hier den Unterschied zwischen dem Minimum und dem Maximum, der ist... Der ist nicht vorhanden, so. Also, wenig. So, jetzt wollte ich noch den... Genau, jetzt wollte ich nämlich noch das machen, Herr Rüsen, damit beantworte ich dann auch Ihre Frage. Das wäre jetzt nämlich die 100 und... Ja, genau, die 120. Da haben wir jetzt nämlich das, wie man es richtig macht. 50 Ohm, 122 Ohm und dazwischen Lambda-Viertelstück, das die Anpassung macht. Das muss kein Lambda-Viertelstück sein. Sie können das auch mit L und C machen. Lernen wir auch noch. Nur L und C kann ich jetzt hier natürlich nicht sinnvoll simulieren. Also, hier mache ich es mit Leitungsstücken. Oder Sie könnten sogar einen richtigen Trafo nehmen. Guck mal hier, jetzt sehen Sie, wie schön das da läuft. Eine schöne Phase ist, dass das auch wirklich funktioniert. Jetzt haben Sie überall Stehwellen, nur dass hier eben so eine Trafo-Art vorliegt, die die Spannung hochsetzt. Also, ich finde diese... Also, ich finde eigentlich diese Animationen auch ganz cool, weil man es nämlich mal einfach so ein bisschen erlebt, was da wirklich passiert. Man kann das alles wunderbar ausrechnen. Und diese Ausrechnung ist ja immer noch nicht, ich habe es verstanden. Sondern Ausrechnung ist ja gut, ich kann damit umgehen und ich kann es irgendwie auch vielleicht sogar technisch nutzen, aber es ist eben nicht, ich habe es wirklich drin. So, und hier sehen Sie eben genau das. So etwas würde man eben auch tun, wenn man 50 Ohm auf 75, da sind die Verhältnisse nur etwas weniger, anpassen würde oder hier auf 122. Das ist eben willkürlich gewählt, die Zahl. Und 300 Ohm ist ein großer Sprung von 50 auf 300. Deswegen ist das numerisch ein bisschen schwieriger zu erfassen hier. Da müsste man mehr diskretisieren, feiner diskretisieren, auflösen. Dann kommt man in Stabilitätsüberlegungen und dann dauert es auch viel länger, also noch länger. Also von daher. So, auch hier kann man es natürlich wieder falsch machen. Wenn man das Leitungsstück jetzt, die Frequenz doppelt so hoch macht, also respektive das Leitungsstück hier jetzt eben nicht Lambda Viertel, sondern Lambda Halbe ist. Was ich auch hier bei dieser Animation schön finde, ist, dass Sie sehen, wie sich die Reflexionen entwickeln. Also wir fangen ja bei Null an. Normalerweise macht man diese ganzen Sachen ja so als Animation für den eingeschwungenen Zustand. Also die Welle war schon immer da und wird immer da sein. Und das machen wir hier nicht, sondern hier kommt tatsächlich die Welle erstmal an. Da sieht man so ein bisschen, wie sich das entwickelt. Was Sie mathematisch mit den Methoden, die wir so kennen, natürlich nicht erfassen können. So, hier haben wir natürlich Anpassungen, weil das ist ein angepasstes 122 Ohm Leitungsstück. Und hier haben wir dann Stehwellenverhältnisse. Also hier jetzt auch so ein bisschen da in der Mitte dazwischen, ist ein bisschen anders. Und hier haben wir natürlich wieder ein Maximum und ein Minimum an der Stelle. Also eigentlich hat das Wurzel 122 mal 50. Rechne mal schnell aus. Aber das zeige ich Ihnen gleich noch, wie die Impedanz ist. Das geht jetzt erstmal nur um die Verhältnisse. Also für eine richtige Anpassung hat das den Wellenwiderstand des geometrischen Mittels der beiden Wellenwiderstände. Geometrischen, ja. Gut, so, dann haben wir noch was. Jetzt gucken wir uns mal an, was macht denn eine kurze Leitung aus. Jetzt sind wir schon dabei, dann ziehen wir das auch durch. So, da haben wir jetzt 50 Ohm, 50 Ohm. Und in der Mitte haben wir eine Lambda zwanzigstel Leitung, 200 Ohm. Also eine Störstelle, wenn Sie so wollen. Also irgendwie, was weiß ich, ein Stecker oder irgendwie mal was falsch gemacht, einen am Fuß auf dem Kabel oder sowas. So, was passiert da? Passiert da was? Aber schon krass, 200 Ohm ist natürlich auch eine Nummer. So, rechte Seite, klar, voll abgeschlossen. Und schon bei einem Lambda zwanzigstel Stück, da links, haben Sie eine merkliche Reflexion hier. Also das ist eigentlich die Aussage da drin. Gut, das ist jetzt hier nicht ganz bis zum Ende durchgezogen. Das ist die Aussage da drin. Schon Lambda zwanzigstel macht da einen Unterschied. Und das sind ja bloß 18 Grad, wenn Sie so wollen, in der Phase. Das waren 200. Jetzt machen wir mal ein bisschen was Angenehmeres. Jetzt machen wir mal, geht es mal ein bisschen schneller. Machen wir mal 55 Ohm, also 10% falsch. Das ist jetzt, das können Sie schon so sehen, so aus dem Bauch raus, das spielt kaum eine Rolle. Ist ja auch beruhigend, dass man jetzt also nicht so auf das Prozent genau die Impedanz treffen muss. Ja, kann man auch. Ja, klar kann man das. Das heißt eigentlich, wenn man das dann aufschlittet, dann auch, wenn man nur ein und ein A nach B zurücklegt, dann ist man nicht eigentlich mehr richtig abschlittet. Sie haben eins vernachlässigt dabei, nämlich Rauschen und Leistung. Also ja, grundsätzlich, das Signal geht darüber. Es ist auf dieser Seite immer abgeschlossen. Und das heißt, das, was hier jetzt reflektiert wird, hier wandert dahin und verschwindet da. Taucht auch nicht mehr auf. So, das heißt, Sie kriegen eigentlich genau die Signalform auf irgendeine Art und Weise, die Sie reingespeist haben, hier auch zu sehen. So. Aber nicht mit der optimalen Leistung. Das ist der Punkt. Sie kriegen in diesen Abschlusswiderstand, und dieser Abschlusswiderstand ist jetzt ja irgendwie so ein Eingangsverstärker beispielsweise, so von irgendeiner Mimik. Da haben Sie nicht die optimal mögliche Leistung in diesen Eingangsverstärker reingekriegt. Und damit haben Sie nicht das optimal mögliche Signal-Rausch-Verhältnis. Das ist der Punkt. Deswegen muss man das machen. Wenn es einfach nur darum ging, Leistung habe ich und Rauschen gibt es sowieso nicht. Zum Glück gibt es ja Rauschen. Stellen Sie sich mal eine Welt ohne Rauschen vor. Da wäre alles abhörbar. Sie könnten ja mit einfach nur ein paar Verstärkerketten alles hörbar machen. Das hat tatsächlich gesellschaftliche, physikalische Einflüsse. Ich könnte mir ein Mikrofon irgendwo hinstellen und abhören, was sonst wo hinter Wänden oder sowas gesprochen wird. Ich brauche nur eine Verstärkung. Die Verstärkung muss nur groß genug sein. Rauschen schafft Privacy. Rausch ist klasse. Also Rausch ist wirklich gut. Finde ich wirklich wichtig. So, nur an dieser Stelle muss man eben ein bisschen drum kämpfen. Und das ist in diesem Bild natürlich nicht drin. Dass hier eventuell die Welle oder die Leistung zu niedrig wird. Und Sie wollen maximale Leistung da reinkriegen. Also deswegen müssen Sie da eine Anpassung machen. Oder andersrum, mal angenommen, das hier ist jetzt hier so eine Endverstärkerkette und das ist die Antenne. Dann wollen Sie ja die Leistung hier aus der Antenne abstrahlen und nicht wieder zurückkriegen. So, deswegen haben Sie erzeugt. So, dann 203. Jetzt haben wir eine Lambda-Achtel. Also es ist schon deutlich länger jetzt. Eine Lambda-Achtel-Sprung von 200 Ohm. Das sieht ein bisschen komisch aus. Sieht so aus wie 2000. Da sehen Sie schon, dass die Amplitude hier auch merklich geringer wird. Also geht gar nicht mehr alles durch. Sie verlieren was. Das ist das, was Ihnen hinterher dann fehlt an Signalleistung. Also es ist jetzt nichts fundamental Neues, was wir hier jetzt gesehen haben. Nur ist es nochmal ein bisschen krasser, als es das vorher schon war. Zur Entspannung gucken wir uns das Ganze nochmal mit 55 Ohm an. Also mit einem kleinen 10-prozentigen Sprung. Und da sehen Sie, dass das eben dann doch nicht so schlimm ist. Womit ich jetzt nicht sagen will, völlig egal, ob ihr das 50 und 60 Ohm aneinander stoßen, braucht ihr euch keine Gedanken machen. Das ist nicht die Aussage. Sondern die Aussage ist, dass man hier doch vielleicht mal einen Kompromiss machen darf. Wenn man sich das gut überlegt. So, ich möchte das vielleicht mal darstellen. So. Gut, jetzt haben wir das. Dann können wir jetzt in Sachen Vorlesung weitermachen. Ich will mir jetzt nur die richtige Stelle finden. Wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ich glaube, wir waren bei... Waren wir schon bei Praktico... Nee, bei Praktico TL waren wir nicht. Wir waren hier. So, das, was wir jetzt hier auf... Ja, schon theoretische Art und Weise gehört haben. Wollen wir ja vielleicht nochmal umsetzen in... Wo ist denn meine Präsentation? Ich hoffe mal, dass er auch an der Stelle weitermacht. Okay, so. Also, das war jetzt hier die ganzen Animationen. Die haben wir jetzt gesehen. Da sind wir jetzt auch durch. Die Reflexion hier, der Reflexionsfaktor, der wird immer bezogen auf die Spannungswelle. Die nach links laufende und die nach rechts laufende Welle. Und das ist eben... Das kennen Sie aber aus dem dritten, vierten, aus dem vierten Semester. Das ist eben genau das Verhältnis dieser... Der Impedanz-Differenz zur Impedanz-Summe. Wie es da steht. Und das haben wir im Detail alles hier gesehen. So, jetzt haben sich ergeben, solche Wellenverhältnisse hier bei Open and Short, also sprich bei Leerlauf und bei Kurzschluss, geben sich extreme Verhältnisse mit Spannungsüberhöhungen um Faktor 2 und echten Spannungsknoten. Hier sehen Sie jeweils bei irgendwas dazwischen. Hier haben wir eine 10 dB Fehlanpassung. Können wir noch direkt ausrechnen. Sehen Sie auch ein Maximum und hier ein Minimum. Aber das Minimum ist eben nicht Null. So, und jetzt gibt es die Variante, wie man das darstellt. So was kann man... Das werden Sie auch noch machen im Labor. So was kann man wunderbar messen. Wenn Sie jetzt eine Leitung haben, könnten Sie ja über die Leitung gehen und hier die Spannung messen, da die Spannungsamplitude messen und so. Und dann haben Sie zwei Werte. Und die charakterisieren ja, was da rechts passiert. Und wenn Sie das getan haben, dann könnten Sie die, das ist die einfachste Variante, einfach mal ins Verhältnis setzen. Nämlich das Maximum der Amplituden bezogen auf das Minimum der Amplituden. Und dann kriegen Sie das VisVirr, also das Voltage-Sending-Wave-Ratio. So heißt das. Das ist eben Maß für die Fehlanpassung hier am Ende der Leitung. Definiert als Umax zu Umin. Die Positionen da sind nicht da drin, deswegen ist das auch ein rein skalarer Wert. Und zwar ein rein skalarer Wert, der zwischen 1, also Umax und Umin können maximal gleich sein. Es kann nicht Umax kleiner als Umin sein. Dann wäre es nicht Umax. Und unendlich. Es kann Umin ja 0 werden. Kann das liegen. Das heißt also, perfekte Anpassung hätten wir erreicht, wie wir eben im Bild auch gesehen haben, für beides gleich. Für Voltage-Sending-Wave-Ratio, Vsbr, von 1. Und perfekte oder komplette Fehlanpassung haben wir erreicht, im Fall von Leerlauf und Kurzschluss. Wenn nämlich Umin an irgendeiner Stelle 0 wird, und dann haben Sie hier unendlich. So, Anpassungen. Gute Anpassungen haben Sie ein Voltage-Sending-Wave-Ratio von 1,5, 1, 1, 1, 2 oder sowas. Das ist gut. 2 ist vielleicht noch tolerierbar. 3 kommt auch vor. Und alles, was da drüber ist, ist dann schon wieder schwierig. Es hängt aber auch immer ganz darauf an, was für ein System Sie haben. Ob Sie im Consumer-Bereich unterwegs sind, oder ob Sie irgendwo im High-Performance-Messbetechnik-Bereich unterwegs sind, oder sowas. Also man kann jetzt irgendwie nicht sagen, das ist gut und das ist schlecht. Es kommt immer darauf an, in welchem Kontext man das sieht. Der Zusammenhang hier zum Reflexionsfaktor, den wir auf der Folie davor gesehen haben, ist hier gegeben, und zwar nur zum Betrag des Reflexionsfaktors. Weil das hier ja ein rein skalarer Wert ist. Ohne Phase können Sie hier auch nur einen rein skalaren Reflexionsfaktor rauskriegen. So, die Phase, das werden wir im Labor auch noch üben. Die Phase kriegen Sie aus der Lage des Minimums und des Maximums raus. Aber da gehen wir jetzt an dieser Stelle noch nicht drauf ein. So, wir haben gesehen, dass Sie Lasten transformieren können. Diese Formel müssten Sie aus dem vierten Semester auch kennen. Wobei jetzt hier noch der Phasenfaktor der Welle und die Länge, Quatsch, der Leitung und die Länge der Leitung eingehen, die beiden. Und hier ist Zc jetzt die charakteristische Impedanz der Leitung und Zl ist die Last, die man rechts angeschlossen hat. Ich greife da Spezialfälle raus. Und zwar einmal den Fall, dass wir hier tatsächlich eine Länge von Lambda halbe haben, beziehungsweise Lambda viertel haben, der Leitung. Und dementsprechend ist, wenn Sie hier jetzt Tangens Beta L dann einsetzen, bei Lambda halbe, ist das hier genau Tangens von Pi. Das müsste Null werden. Und bei Lambda viertel ist das genau Tangens von Pi halbe. Das wird unendlich. Das heißt, dieser Faktor hier ist entweder Null oder unendlich. Und dann können Sie die Formel, die ich auf der anderen Folie stehen hatte, verwenden, was Sie denn am Eingang sehen. Wir haben es in Bildern schon gesehen. Sie sehen nämlich nach Lambda halbe dieselben Verhältnisse wie am Ende der Leitung und nach Lambda viertel eben genau umgekehrte. Hier Impedanz, charakteristische Impedanz der Leitung zu Quadrat durch Last. Heißt letztlich, ein Kurzschluss sieht nach Lambda halber aus wie ein Kurzschluss und nach Lambda viertel wie ein Leerlauf und umgekehrt. So, heißt auch, wenn Sie jetzt eine beliebige Leitung haben, dann können Sie einen Leerlauf oder einen Kurzschluss in diese Impedanz transformieren. So, das sehen wir nochmal in Bildern. Ich mache erstmal... Ne, mache ich nicht. Entschuldigung, ich bleibe hier. Ja, ist ein neuer Gedanke eigentlich. Was passiert eigentlich... Oder wie kann ich Leitungen für eine Frequenz charakterisieren? Wir haben es im zweiten Semester mal nicht mal gemacht, dass wir... Haben wir das da gemacht? Dass wir Ersatzschaltungen... Genau, dass wir für irgendwelche symmetrischen Impedanzen Ersatzschaltungen ausgerechnet haben. Ich überlege gerade. Ne, haben wir nicht. Also, dann führen wir es jetzt hier ein. Im Prinzip haben Sie nichts weiter hier als... Oder haben Sie hier einen symmetrischen Vierpol oder Zweitor. Erstes Tor, zweites Tor, erster, zweiter, dritter, vierter Pol. So ist die Zählung. So, und das können Sie immer, immer, immer ersetzen durch entweder eine Pi- oder eine T-Ersatzschaltung. Die haben wir aber gemacht. Das ist im Prinzip hier Stern-Dreieck. Und Stern und Dreieck können Sie ineinander auch immer umwandeln. Das heißt also, dass diese beiden äquivalent sind, ist ohne weiteres zu sehen. So, und Sie können jetzt hier ein Stück Leitung nehmen, können das im Prinzip durchmessen, charakterisieren und können dann daraus bestimmen, hier, wie eben diese Parameter aussehen müssen. Der Nachteil oder der Punkt ist, den man hier sehr betonen muss, ist, dieses Ersatzschaltbild hier gilt nur für einen Frequenzpunkt. Also wenn Sie diese Leitung für 100 MHz da charakterisiert haben und diese Ersatzschaltung daraus finden, dann gilt das bei 100 MHz. Punkt. Das ist ja nur ja damals schon bei unserer Transformation festgehalten. Das heißt, das ist ja nur für einen Frequenzpunkt. Danke, ja. Aber man muss das nochmal betonen. Also Sie können nicht hier sagen, okay, ich habe jetzt hier so ein paar L und Cs ausgerechnet da bei 100 MHz, dann nehme ich das mal für Gigahertz. Das geht halt nicht. Ganz klar. Nicht. So, diese Werte kann man ausrechnen und kann dann das Ganze als Vierpol betrachten. Da möchte ich jetzt nicht durch die mathematischen Details durchgehen, sondern in den Ergebnissen für kurze Leitungsstücke bleiben. Denn da kann man sich dann vielleicht doch nochmal was überlegen, wie es denn sein könnte. So, und wenn wir da jetzt mal durchgehen und sagen, ja gut, wir haben jetzt hier kurze Leitungsstücke, was immer jetzt kurz bedeutet, also Lambda Zehntel, Lambda Zwanzigstel oder sowas vielleicht. Dann ist erst einmal dieses Gamma L oder Beta L sehr viel kleiner als Lambda und dann ist der Tangens Hyperbolicus von Gamma L, Tangens Hyperbolicus hier jetzt, weil dieses Gamma auch komplex sein kann und nicht nur das Beta ist, was ja real war, der Phasenfaktor ist, dann ist dieser Tangens Hyperbolicus ungefähr genau das Argument für kleine Argumente. So, und dann können wir ausrechnen hier nämlich dieses Z Pi und das Y Pi für zum Beispiel die Pi-Ersatzschaltung. Das ist ja genau das gewesen, was wir hier in den Schaltungen hier hatten. Also die Mathematik, dazwischen habe ich Ihnen jetzt erstmal erspart. Wir gucken uns jetzt den Wert an und wir gucken uns diese beiden Werte an, die ja gleich sein müssen aufgrund der Symmetrie. So, und wenn Sie das einsetzen in diese Ergebnisse hier, die hier stehen, dann kriegen Sie eben raus, dass das Z Pi ungefähr das hier sein muss. Also J Omega mal Wurzel, und so weiter. Im Prinzip die Lichtgeschwindigkeit oder 1 zu die Lichtgeschwindigkeit hier mal charakteristische Impedanz mal Länge. So, das ist eine Spule oder eine Induktivität. Also wir haben jetzt durch die Näherung es irgendwie geschafft, dass die Längsimpedanz in dem Pi-Ersatzschaltbild für eine kurze, elektrisch kurze Leitung aussieht wie eine Spule. Das Y und Pi so und so weiter. J Omega durch Z0L, vor allen Dingen das J Omega steht hier oben, so wie es da auch oben steht, nur reden wir hier jetzt über eine Admittanz und nicht über eine Impedanz. Das ist also eine Kapazität. Sollte jetzt nicht so übermäßig verwundern, wenn Sie eine Leitung, eine kurze Leitung haben oder überhaupt eine Leitung haben, das erste Mal die Längsimpedanz sich wie eine Spule verhält und das, was nach unten geht, die Querimpedanz wie ein Kondensator. So, die Frage ist jetzt, in welchem Verhältnis stehen die zueinander und was dominiert. Ist das eine jetzt, ist das jetzt eher eine Impedanz, weil der da zählt, oder ist es eher eine Kapazität, weil der da zählt, nach unten. Es kommt auch auf die Frequenz an. Ja, das ist richtig. Es kommt auch auf die Frequenz an, aber, und das ist das, was Sie in der Hand haben, die Frequenz haben Sie eventuell gar nicht in der Hand, die ist Ihnen ja vorgegeben. Es kommt auf die Geometrie an und die Geometrie bestimmt das Z0. Und wenn das Z0 jetzt groß ist, hier, dann haben Sie eher eine Induktivität und wenn das ZL dann wird der Wert hier groß und der wird klein. Das heißt, eigentlich ist die Querkapazität hier spielt kaum eine Rolle, aber die Längsinduktivität spielt eine Rolle. Wenn die Wellen jetzt umgekehrt sind, also ein kleines Z0, dann ist das eher eine Kapazität und, weil das hier der größere Wert ist und das da oben spielt kaum eine Rolle. Kann man sich bildlich vorstellen, haben Sie schon mal solche Impedanz, solche Parameter ausgerechnet im vierten Semester? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich mache einen kurzen Vorgriff. Das hier ist eine Platine. Platine mit Massemetallisierung, ne? Also auf der einen Seite ist Masse. eine Leitung, das ist hier die Leitung auf der Platine, das nennt sich Mikroschreifenleitung oder Microschreifenleitung. Sehen wir im Detail in ein paar Minuten. So, und wenn die dünn ist, dann ist die hochohmig. also Z0 groß. Und wenn die dick ist, dann ist die niederohmig. So, können Sie sich einen Querschnitt vorstellen, wenn Sie hier jetzt mal so einen Querschnitt durchmachen und das malen wir dann hier hin, dann sehen Sie einmal hier die niederohmige Leitung, die wäre das hier, äh, quatsch, die hochohmige Leitung, das hier und die niederohmige Leitung wäre sowas. So, dass das hier, was das hier jetzt ist, das hat man vielleicht nicht so im Bauch, ne? Aber dass das hier eher ein dickes C ist, weil nämlich große Fläche gegenüber Massefläche liegt, ist offensichtlich. Also wird man natürlich sagen können, okay, wenn ich jetzt so was niederohmiges habe, dann ist das eher eine Kapazität und wenn ich was hochohmiges habe, dann im Umkehrschluss ist dann eher eine Induktivität, ne? Das Coole daran ist, Sie können jetzt, und das ist so der Weg, wo ich hin will, Sie können jetzt mit verschiedenen gestuften Leitungselementen eine Kette aufbauen von Induktivität, Kapazität, Induktivität, Kapazität, was ein Filter ist. Sie könnten jetzt ohne weiteres nur mit gestrukturierten Leitungen hochohmig gleich L, niederohmig gleich C, hochohmig gleich L, niederohmig gleich C, also einfach so eine L-C-Kette aufbauen, und damit haben Sie schon einen Tiefpassfilter. Also ohne, dass Sie irgendein C oder ein L wirklich eingelötet haben, ne? Gut, niederohmig, schreiben wir noch dazu. Und da oben schreiben wir noch drüber, Mikroschreifenleitung. Gut. So, für das C-Ersatz-Stat-Bild muss ich es, glaube ich, nicht nochmal durchführen, einzeln. Das steht da schon. So, jetzt gehen wir wieder ins Krasse. Kommen wir uns nämlich mal sogenannte Stubs an, also Leitungsstücke. Leitungsstücke. Leitungsstücke, die entweder kurz geschlossen sind oder in den nächsten Polien wird das zu sehen sein, leer laufen. So, was machen die da und was soll das eigentlich? Gucken. Auf oder zu? Das hatten wir schon. Gut. Schauen wir uns mal diese Konfiguration an. Wir haben hier jetzt eine Leitung, die geht von links nach rechts da durch und da haben wir jetzt hier so eine leerlaufende Leitung irgendwie angelötet. Quatsch, kurz geschlossene Leitung irgendwie angelötet. So, wenn wir jetzt uns das vorstellen und da ein Signal drauf geben, und zwar ein Signal drauf geben, bei dem dieses Stück hier gerade Lambda halbe lang ist, dann wird ja dieser Kurzschluss da rein transformiert. Das heißt also, diese Leitungskonfiguration wird an der Stelle kurz geschlossen. Punkt. Kein Signal durch. Gesperrt. Das ist die Konsequenz. Andersrum, wenn wir jetzt ein Signal drauf geben, dass in der Frequenz nur halb so hoch ist, also sprich, dieses Stückchen hier ist dann elektrisch Lambda viertel lang, dann wird dieser Kurzschluss hier in einen Leerlauf transformiert und ist sozusagen nicht sichtbar. Und das Signal geht problemlos da durch. So, damit hätten wir jetzt schon unser erstes Filter gebaut. Erstes ganz einfaches, aber das wäre ja schon eine Filterwägung. Also, das, wo das hier Lambda viertel ist, geht durch und das, wo es Lambda halbe lang ist, wird gebremst. Und alles andere irgendwas dazwischen. Das Ganze ist hier noch mal mathematisch aufgeführt, wann genau eben dieser Kurzschluss in eine Öffnung transformiert wird. Das ist eben hier gerade ganzteilige Vielfache von Lambda halbe plus Lambda viertel da drauf. Und dieses n kann eben 0, 1, 2 oder sonst was sein. Und das öffnet dann die Leitung, während alles andere ganzteilige Vielfache von Lambda halbe hier das Sperren. Man kann das ausführen in Mikroschreifentechnik hier. Das ist der Blick, wie eben da auch. Das ist der Blick eben hier auf die Platine im Prinzip drauf. Sie haben die durchgehende Leitung und dann haben Sie hier so einen Leitungsanschluss da dran und der ist einfach kurzgeschlossen nach Ground. Weil unter der Mikroschreifentechnik ist immer Ground unten drunter. So, und schon ist das erledigt. Ähnlich, ganz ähnlich können Sie das machen für eine Öffnung. So, das ist ein Leerlauf. Wenn Sie jetzt ein Signal mit einer Frequenz drauf geben, wo das ganze Ding hier Lambda viertel lang ist, dann wird der Leerlauf in Kurzschluss transformiert und sperrt. Und wenn Sie die Frequenz jetzt erhöhen, sodass das Lambda halbe lang wird, dann wird der Leerlauf in Leerlauf transformiert. Das war's. So, diese Filterkurve sehen Sie in dem Bild noch mal in Rot der Kurzschluss, in Blau der Leerlauf. Hier eingetragen die Länge der Leitung bezogen auf Lambda, also sprich, der Lambda-Viertelfall ist genau der hier. Also hier sind wir genau, also die Leitung ist nicht da, der Kurzschluss respektive Leerlauf liegt direkt an der Stelle. Hier sind wir bei Lambda-Viertel, das heißt also, der Leerlauf führt dazu, dass der Signalweg gesperrt wird, also der transformierte Leerlauf führt dazu, dass der Signalweg gesperrt wird, während der Kurzschluss in den Leerlauf transformiert wird und das Signal öffnet und das Ganze wiederholt sich jetzt periodisch immer in Lambda-Halbe-Abständen und dann gibt es noch das dazwischen, hier, wo Lambda-Halbe eben dann hier immer wieder die gleichen Verhältnisse gezeigt werden, wie an der linken Seite. Dabei hätten wir schon mal einen Bandpass und eine Wandsperre gebaut und das ganz einfach nur mit Leitung. So, wenn wir da jetzt ein bisschen detaillierter einsteigen wollen, müssen wir uns um das Smith-Diagramm kümmern. Das Smith-Diagramm ist so ein bisschen das Brot- und Butter-Tool, wenn es um die lineare HF-Technik geht. Also alle Impedanzen, alle Leitungen, Anpassungen und so weiter kann man darin darstellen. Das ist eigentlich nichts weiter als gebogenes Millimeterpapier. Die Mathematik dazu wollte ich Ihnen eigentlich nicht im Detail vorführen. Ich zeige Ihnen das Diagramm. Ich sage Ihnen aber auch gleich dazu, dass ich glaube, man würde es heute nicht neu erfinden. Also wenn es nicht erfunden wäre, dann würde man das heute nicht mehr machen, weil man mit Hilfe von Computern und so natürlich immer die eine Darstellung ganz wunderbar in die andere transformieren kann auf Knopfdruck. Also man würde es so nicht mehr brauchen. Aber HF-Techniker sind daran gewöhnt, seitdem was ich 40er, 50er Jahren oder sowas und arbeiten damit. So, was macht man eigentlich? Oder was hat man eigentlich? Zunächst nimmt man die Ebene aller passiv möglichen Abschlüsse. Also Sie haben irgendwie eine Leitung, eine Schaltung, sonst irgendetwas und da können Sie jetzt was anschließen. So, und wir gehen davon aus, dass Sie nur passive Elemente anschließen, also nur R, L und C oder Leerlauf und Kurzschluss. Das wären die Extremen. So, ein passives Element kann niemals mehr Leistung reflektieren, als es gekriegt hat. Ist ja passiv. Weil ansonsten würde der Energieerhaltungssatz ja nicht gelten. So, das heißt also, der größtmögliche Reflektionsfaktor, den Sie haben, hat den Betrag 1. Also Sie können maximal 100% zurückschicken, niemals mehr. Und das ist der Einheitskreis. Das ist genau der hier. So, Sie können die Spannung reflektieren mit einem Phasenfaktor von 0 Grad. Das wäre am Leerlauf. Oder mit einem Phasenfaktor, damit die beiden Spannungen sich auslöschen, nämlich die hinlaufende und die rücklaufende Wende sich auslöschen, mit einem Phasenfaktor von 180 Grad oder von minus 1. Das wäre ein Kurzschluss hier. So, das kondensiert, ist jetzt ein Leerlauf irgendwie wirklich ohmsch oder nicht. Das kondensiert sich hier auf die beiden Punkte hier, die eben diese Unendlichkeitsfälle darstellen. Sie könnten auch genau die charakteristische Impedanz als Abschluss nehmen. Das wäre dann Reflexionsfaktor 0. Das ist da. Damit haben wir jetzt eigentlich erklärt, den großen schwarzen Kreis hier. Also in diesem großen schwarzen Kreis liegen alle erlaubten Fälle. Außerhalb kann nichts liegen, das wäre ja aktiv. Und wir haben diese Linie erklärt. Nämlich Reflexionsfaktor 0, Leerlauf, Kurzschluss und jetzt kann man mit ein bisschen Fantasie beschließen, alles andere dazwischen. Nehmen wir mal an, wir haben eine 50-Ohm-Leitung, was ja eher der Standard ist. Alles andere, was Richtung Leerlauf geht, liegt zwischen 50-Ohm, also zwischen Reflexionsfaktor 0 und Reflexionsfaktor R gleich 1 am Leerlauf und dann würden hier beispielsweise 100-Ohm liegen, 200-300-Ohm weiter. Also die hochohmigen Sachen und hier geht es in den niederohmigen Bereich, was weiß ich, also hier meinetwegen 25-10-Ohm irgendwo an der Stelle. So, jetzt noch die Frage, was liegt da oben drüber und was liegt unten drunter und was sind die anderen Kreise? Wenn Sie irgendwas Kapazitives an diese Leitung anschließen, dann liegt das im unteren Halbraum und wenn Sie irgendwas Induktives anschließen, dann liegt es im oberen Halbraum liegen. Jo, ja, gut. Woran man sich jetzt gewöhnen muss, sind jetzt diese Bilder hier und hier habe ich es nochmal so ein bisschen in schöner dargebracht. Jetzt überlege ich gerade, ob ich das mache. Ich mache das einfach. Das gibt es auch ich muss mal gerade einmal suchen. das gibt es auch auf T-Shirts gedruckt. Das ist Pamela Anderson, ich hätte sie jetzt so nicht erkannt, obwohl das eigentlich mal eine Generation ist. Und wie gesagt, man kann das eben auch auf T-Shirts drucken. Hier ist es jetzt eben um 90 Grad gedreht. Das weiß ich nicht, ob ihr das bewusst ist. Ich kann das unterstellen, aber vielleicht war sie auch einfach auf so einem Meeting da, wo die T-Shirts ausgegeben wurden. Wer weiß. Oder sie hat das T-Shirt irgendwie anders und fand das eben cool. Was ich damit sagen will, Smith-Diagramm ist ja normalerweise wird das ja so als irgendein Tool verwendet oder angesehen, das Studenten quälen soll. Vielleicht ist es auch einfach cool. Zumindest auf T-Shirts gedruckt. Bitte? Ja, können Sie auch machen. Also es hat ja auch was. Das Smith-Diagramm selber kann ich das nicht kann ich nicht ach man jetzt bin mir nur nicht sicher ob ich das aus dem Video rausschneiden muss das Bild oder nicht. Also normalerweise verwendet man das eben auch tatsächlich um was abzulesen was man auf diesem grobschlechtigen Bild das ich davor gezeigt habe natürlich gar nicht konnte was wollen sie da ablesen und somit muss ich jetzt noch auf das detaillierte eingehen das ich Ihnen auch mit hochgeladen habe glaube ich bin mir nicht ganz sicher ob aber ich glaube wohl also können Sie jederzeit auch abrufen ich habe hier so ein paar Sachen noch mal reingeschrieben wir sehen hier diese ganzen die Struktur die wir eben schon gesehen haben natürlich wir sehen den Ursprung hier ist Reflexionsfaktor 0 1 und hier minus 1 hier haben wir die reelle Linie hier haben wir den induktiven Bereich und jetzt ist noch ein bisschen die Frage was sind denn eigentlich die anderen Linien hier alle also was soll zum Beispiel dieser Kreis hier bedeuten der da hoch geht nun das ist der Kreis des konstanten Realteils der angeschlossenen Impedanz was heißt das also das heißt letztlich ich habe den Stift hier ich habe hier meine Leitung und da schließe ich jetzt erstmal eine Impedanz an erstmal ein R an und solange ich mich hier nur im reinen reellen bewege fahre ich auf dieser Linie hin und her wenn ich jetzt aber da noch mir ein L gönne das hier zum Beispiel dann lasse ich das R gleich hier beispielsweise gleich 50 Ohm dann bin ich auf dem Kreis so und wenn ich jetzt aber das L dazu packe dann wandere ich auf diesem Kreis hier mit der Induktivität hoch und bleibe auf diesem Kreis das heißt wenn ich und ich komme meinetwegen hier oben irgendwo raus dann wäre das hier also dieser Abstand vom Ursprung der Reflexionsfaktor wie Sie sich leicht überlegen können wenn ich das L hochmache respektive die Frequenz hochmache also Omega L groß wird dann geschieht natürlich folgendes mit Omega mal L gegen unendlich gehend ende ich irgendwann im Leerlauf also wenn ich eine große Induktivität rein mache dann sperrt sie einfach die hohe Frequenz und dann bin ich im Leerlauf gelandet so den selben Spaß könnte ich jetzt auch machen mit einem C so wenn ich das tue und das zunächst ein sehr großes C ist hier funktioniert es genau andersrum dann bewege ich mich hier genau in dem Bereich und je kleiner ich das C mache dann wird es nämlich irgendwann nichts weiter als Leerlauf weil Leitungsunterbrechung bin ich auch wieder im Leerlauf so das heißt das hier sind die Kreise hier nochmal in rot für den 100 Ohm Kreis gezeigt da das heißt diese Kreise hier sind die Kreise konstanten Realteils der Impedanz wir arbeiten hier in dem Smith Diagramm mit normierten Impedanzen also deswegen ist hier nicht 50 Ohm eingetragen oder 100 Ohm oder so was sondern wir arbeiten mit einem sogenannten man nennt das auch Z' mit einer normierten Impedanz wo die eigentliche Impedanz ZL bezogen wird auf die charakteristische Impedanz der Leitung so ist das zu verstehen so ist in der Regel sind das 50 Ohm Leitungen so ist das hier 50 da steht ja 1 dran und das hier wäre 100 und das hier da steht 3 dran wäre 150 so also das ist der Kreis dann haben wir noch die anderen Kreise hier die zum Beispiel aus dem Wehrlauf rauskommen das sind die Kreise des konstanten Imaginärteils der normierten Impedanz Z' da in diesem Fall beispielsweise haben wir keinen Realteil Quatsch haben wir in diesem Fall haben wir ein Omega mal L das gleich 2 ist und das konstant gehalten wird und wir würden hier eine Konstruktion machen mit R und diesem Omega gleich L und dieses R wäre jetzt variabel und wenn wir das erhöhen oder senken dann bewegen wir uns auf diesem Kreis wenn wir das R unendlich werden lassen dann sind wir natürlich im Leerlauf das kann man sich leicht vorstellen und wenn wir das jetzt senken von hier aus dann wandern wir auf diesem Kreis weiter hier würden wir zum Beispiel den Z' Realteil von Z' gleich 2 Kreis kreuzen das heißt hier hätten wir 100 Ohm beispielsweise hier wäre der 50er Kreis hier hätten wir 50 Ohm und da oben wären wir dann bei 0 volle Reflexion zurück wir sind hier ja auf dem äußeren Reflexionsfaktor Betrag gleich 1 Kreis das heißt so viel wie alle Energie kommt zurück das heißt da können wir nichts Ohmsches haben weil der Ohmsche Anteil der würde Energie verbrennen die ja nicht zurückkommt wir haben da nun reinen induktiven Anteil der 100% der Leistung zurückreflektiert das selbe selbe ist hier unten so wie kriegt man daraus jetzt ohne jetzt auf die Leitungsdinger jetzt noch einzugehen wie kriegt man daraus jetzt einen Reflexionsfaktor raus oder was kann man damit jetzt eigentlich tun das könnte jetzt klar geworden sein sie können jetzt hier komplex grafisch umrechnen eine Impedanz die sie irgendwie über diese Kreise gegeben kriegen in einen Reflexionsfaktor also das was wir vorher hatten als Gamma gleich ZL minus Z0 durch ZL plus Z0 das ist ja der Reflexionsfaktor ausgerechnet aus den Impedanzen das sieht ja erstmal ganz völlig unschuldig aus die Formel und das ist sie ja letztlich auch wenn sie rein reelle werte hier haben aber wenn sie komplexe werte haben wird das ein bisschen verwickelt ihr taschenrechner kann das natürlich mittlerweile das konnte er aber nicht vor 50 jahren so da war das aufwendig also hat man genau dieses diese umrechnung hier gepackt in eine grafik und das ist die weiter nix doch mit ein bisschen Variabilität könnten sie das ganze ja noch kürzen mit z0 halt dann haben wir nämlich das da und dann ist das hier ja jeweils zl' minus 1 durch zl' plus 1 das habe ich mir in den USA angewöhnt weil die amerikaner machen nämlich die 1 so und die 7 so und da kommen sie mal mit deutschen 1 daher was sie akzeptieren ist das da die komplexe 1 ja also so hat sich da meine schrift entwickelt falls das von interesse ist okay das heißt also wir können jetzt diese komplexe umrechnung hier können wir damit machen wir wissen nämlich wir wissen ein zl' ist beispielsweise 2 plus j2 das ist der punkt so und den können wir jetzt in einen reflektionsfaktor umrechnen indem wir einfach den abstand hier messen das war's und die phase die phase können sie hier an der gradskala ablesen die hier noch in grün gezeigt ist das heißt sie haben also jetzt eine komplexe impedanz in einen komplexen reflektionsfaktor umgerechnet ohne dass sie den taschenreiner bemühen mussten das ist der sinn des smith diagramms und man kann noch eine menge mehr damit machen dazu etwas später aber das ist erst einmal der ganz generische sinn der geschichte so damit das auch funktioniert haben wir hier bei f der denkt noch nach natürlich noch irgendwelche skalen unten drunter da gibt es unten drunter in dem smith diagramm solche skalen hier die da in der mitte dann nach links oder rechts gehen und da können sie jetzt ausrechnen umrechnen den reflektionsfaktor zumindest den betrag dessen in leistungsreflexion in decibel hier in reflektionsfaktor der leistung hatten wir schon in den reflektionskoeffizienten für spannung oder strom und ja das war's wie macht man das praktisch das muss ich Ihnen hier in der maschine mal zeigen und zwar dann auch von hand ich habe übrigens für Sie alle hier nochmal lass mal rumgehen haben wir schon ja so da ist das mit diagramm bin mir jetzt nicht sicher ob man da jetzt auch im video irgendwas erkennen würde wahrscheinlich eher nein macht das eigentlich Sinn wenn ich hier das licht ausmacht wird das für kontrast dann besser mal ausprobieren so also wie würde man das tun wir sind übrigens wieder in einer meiner vorlesungen wo man einen zirkel braucht aber natürlich sind sie leer ausgegangen und das wo sie in der ersten reihe sitzen mensch so geben sie mal geben sie mir mal bitte eine impedanz vor ne z0 ist 50 ohm eine andere hier so eine zl impedanz sprich 100 was hat das auch ja 120 und dann brauchen noch ein jott 120 ohm das ist ja mal so dann ja machen sie es doch alle Plus J 100 Ohm. Okay, dann haben wir ZL gleich 1,4 ZL Strich plus J 2. Das suchen wir hier. Jetzt suchen wir erstmal die Brille und zwar nicht die Sonnenbrille. Da ist sie richtig. So, das ist nicht so ganz sauber. Also was hatten wir jetzt hier? 1,4 plus J 2. Wir gehen hier, sieht man das? Den 1,4er Punkt hoch. Plus J 2. Das ist hier 1,4 J 2 da. So. Hab ich da eingetragen. So, jetzt wollen wir wissen, wie groß ist der Reflexionsfaktor? Dann greifen wir einfach das aus dem Zirkel ab. Wieso wollen wir noch Kreise haben? Ne, ich will keinen Kreis reinmalen. Da, das haben wir. Das ist jetzt im Zirkel drin. Und jetzt können wir das hier unten auf die untere Skala übertragen. Können Sie natürlich auch mit etwas anderes machen. Ab dem Center. Und dann stellen wir fest, der Reflexionsfaktor hier als Reflexionskoeffizient ist irgendwie 0,65. Sieht man das? Da, ne? Da, nach da. 0,65. Die Leistungsreflexion ist 0,45 oder 0,44. Das heißt also hier, es werden 45% der Leistung reflektiert, die nicht in dem Lautsprecher hier jetzt verwurstet werden. Der Reflexion, der Return Loss in dB, der wird auch gleich umgerechnet, ist dann irgendwas bei 3,5. Und das Stehwellenverhältnis, das wir eben schon hatten, können wir auch noch finden. Das ist hier jetzt 5. Richtig? Zufrieden? Ja, ne? So, wir könnten noch erst noch umdrehen. Da sehen Sie noch so etwas wie Reflection Loss. Das heißt also hier Ach, das fällt noch rechts raus. Das heißt, Sie verlieren hier so 2,5 dB und der Transmissionskoeffizient hier ist das ist das untere hier Transmission Coefficient Genau, ist 0,6. Ja. Ja. Ich greife mir mal das komplette Bild So, und da sieht man es auch, ne? So, das ist leider im Ausdruck die richtige rübergekommen, kommt da auf dem Bild auch nicht rüber. Das eine ist der, ähm, für die Leistung eben, also wie viel Leistung da durchgeht und das andere ist der Koeffizient eben für die Amplituden, ne? Wie die Amplituden sich umrechnen. Jo. Ja, hier sieht man es ein bisschen besser, ne? Als auf dem Papier. Aber mit Papier kann man dann irgendwie doch noch ein bisschen besser arbeiten. Ja, ja, gut, Sie haben jetzt nur das, ne, Sie haben nicht nur das Papier, Sie haben das nämlich auch. Ja, weil Sie sagen, Sie sind ganz besser. Ach so, oh, Entschuldigung. Ein Fauxpas, wenn das so nicht passiert, so. Ah, jetzt geht das wieder los. Es gibt ja die kritischen Kommentare im YouTube. Von den Tausenden, genau, von den Tausenden, die es geschafft haben, bis dahin zu gucken, ne? Also, hier haben Sie das einmal für Spannung und Strom. Also, E für elektromotorische Kraft letztlich, ne? Und hier für den Transmissionskoeffizienten, hier für die Leistung. Und da, die Skala ist eigentlich ganz schön. Sie sehen hier nämlich, wenn Sie das hier als Reflexionskoeffizient haben, also wenn Sie hier im Ursprung sind, dann gehen natürlich 100% in die Last rein. Das ist ja genau das, was man will, deswegen macht man ja Anpassung, ne? Und keine Reflexion, so. Und wenn Sie eben nicht bis hier sind, gehen immer noch 99% rein und wir waren eben irgendwo bei 0,65 oder sowas, ne? So, da kriegen wir also noch 65% der Leistung, die Sie der Last angeboten haben, gehen auch tatsächlich da rein. Muss man nicht gut finden. Ist auch nicht sonderlich gut. Dazu brauchen Sie ein Geodreieck. Haben Sie? Die Phasenverschiebung übrigens nicht, sondern den Phasenwinkel. Ich habe aber kein Geodreieck. Was ist das denn? Ich habe kein Geodreieck. Boah, super. Gut zu haben, bei Studenten. So, guck mal hier. Wir müssen einfach nur die Phase messen vom Ursprung bis da oben rüber. Und irgendwo gibt es dann hier den Schnittpunkt. Mit, wo steht es denn? Da, auf der rechten Seite steht es, ne? Hier, sehen Sie das? Angle of Transmission Coefficient in Degrees. Und da oben drüber, Angle of Reflection Coefficient in Degrees. Und wenn Sie da jetzt die äußere Kurve nehmen, dann sehen Sie, dass Sie hier ein Phasenkoeffizient haben von, genau, von irgendwie knappen 40 Grad, 38 Grad, ne? Finden Sie es bei sich? Ja, ja. Ne? So, Sie können auch gleichzeitig sehen, dass Sie hier natürlich 0 Grad Phasenkoeffizient haben in der Reflexion bei, ähm, wer ist das Teil? Beim Leerlauf. Und beim Kurzschluss haben Sie die 180 Grad, ne? Da stehen Sie. Ja, da stehen Sie. So, und dazwischen hätten Sie jetzt zum Beispiel, wenn Sie da hochgehen, haben Sie 90 Grad. Ja, um 90 Grad. Gut. So, jetzt könnten Sie also komplex angeben, hier ein Reflexionskoeffizient als, ich habe ihn ja noch im Zirkel, äh, und zwar müssen Sie dann den Koeffizienten nehmen für das, ähm, für die Spannung oder den Strom von 0,65, E hoch J, 38 Grad. Können Sie mal ausreiten, ob das stimmt? Taschenrainer. Die normierte Impedanz. In diese Formel rein, um den komplexen Reflexionsfaktor zu bestimmen und das Ganze im Euler-Format bitte angeben. und das Ganze im Euler-Format-team. habe ich was falsch eingetragen dann können wir es besser vergleichen ach so ja gut dass wir uns jetzt auch und jetzt uns jetzt auch nichts ja haben das habe ich mich vertan glaube ich nicht habe ich die formel falsch angegeben kann ja auch alles sein also 0,5 plus 0,4 habe ich auch raus so das muss man mal gucken hier woanders 38 grad habe ich raus jetzt also ich habe jetzt nachgeredet hier kriegt das genauso raus also hatten sie wahrscheinlich irgendwas falsch eingetippt oder so also ich kriege mathematisch genau das daraus was da steht also im rahmen der zeichengenauigkeit selbstverständlich so und diese sie sehen schon diese tipperei da ist jetzt selbst mit einem computer der selbst mit einem taschenhändler der komplexe zahlen beherrscht nicht so einfach deswegen hatte man da also haben kluge leute und haben so herr smith hier eben das smith-diagramm erfunden ja 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 natürlich also dhft viele hf techniker arbeiten noch damit sie finden das ganze auch in auf messgeräten wenn sie mit netzwerk analysator arbeiten und so dann ist eine mögliche darstellung die die auch häufig verwendet wird genau diese mit dem smith-diagramm also das also man verwendet das noch mal verwendet das auch um anpassungen zu konstruieren und so und das werde ich ihnen gleich zeigen man kann damit auch arbeiten also was wir jetzt gemacht haben ist ja nur der der ganz einfachste fall nicht die umrechnung einer einer impedanz in einen reflektionsfaktor umgekehrt geht es natürlich genau so geben sie mir reflektionsfaktor vor wenn ich mit betrag und phase den trage ich ihn ein und dann kann ich das ablesen noch mal kommen hier da sie ich brauche reflektionsfaktor ja irgendein ok 60 grad und betrag 0,8 vornehmen ok wird 0,8 mal j 60 grad und den tragen wir jetzt mal ein hier und zwar einmal als betrag da haben wir die 0,8 gefunden können sie alles auch machen und die 60 grad sind da oben also ursprung verbindet mit dem 60 grad punkt und dann kommen wir da oben da raus so jetzt müssen wir es noch ablesen können wir auch machen das heißt wir sind bewegen uns jetzt hier auf dem realteil gucken wir mal wo wir da rauskommen da sind wir hier bei 0,4 das wäre 0,5 was sehe ich 0,45 oder so beispielsweise und beim imaginärteil sind wir hier beim 1,6 8 punkte was 0,45 z l strich gleich 0,45 plus j was hatte ich jetzt gesagt 1,68 was wie ich es abgelesen habe nehmen wir doch wir haben ja noch einen bunten stift hier so schauen wir uns an der realte wird ja bestimmt durch ach so wenn das das problem ist müsste er also da ist der punkt und jetzt gucken wir wo wir hier rauskommen das ist in etwa der kreis auf dem wir liegen würde der nicht genau eingezeichnet ist dann können wir hier an der skala ablesen wo der punkt wo wir da sind und dasselbe machen wir hier da können wir hier an der skala ablesen da bei den zahlen wo wir uns beim imaginärteil befinden so da würde ich jetzt sagen 1,68 und hier 0,45 und das waren hier 0,8 mal e hoch j 60 grad ja gut halt ich gehe in die falsche richtung hier entschuldigung so damit haben wir die beiden teile hier nochmal erläutert das können sie natürlich als referenz hier verwenden wenn es dazu taugt einmal dass das eigentlich eigentlich das eigentliche diagramm ja natürlich das war ja ihres so damit kann man jetzt eine ganze menge spielereien betreiben wenn man sich jetzt nicht mal anschaut was für schaltungen man da jetzt im smith diagramm hat und darstellen kann so das hier ist das stilisierte smith diagramm das kennen sie alle wieder ne denke ich mal also so zeichnet man das auch dann ganz häufig so ein paar kreise ineinander und das ist eben jetzt das smith diagramm so nehmen wir mal an das hatte ich ja eben schon wir haben jetzt hier ein 25 ohm widerstand wenn wir uns einem 50 ohm smith diagramm befinden nicht dann haben wir also hier den normierten widerstand von 0,5 25 50 das wäre jetzt erstmal der punkt und wenn wir da jetzt ein l die intuitivität anschließen und die intuitivität zunächst mal klein ist oder die frequenz klein ist also letztlich omega mal l klein ist dann befinden wir uns nach wie vor an diesem punkt oder entfernen uns nur ganz leicht davon und würden uns bewegen wenn wir entweder frequenz oder l oder beides hoch machen auch so einem kreis bis dahin das heißt wir könnten jetzt also dadurch dass wir jetzt das nur das l in diesem fall variieren könnten wir ähm da unterschiedliche reflektionsfaktoren konstruieren die in dem oberen bereich hier liegen ne wieder gezeigt sie könnten auch das ist hier jetzt nicht gezeigt sie könnten natürlich auch das r also im realteil variieren dann würden sie sich hier auf dieser linie erstmal zunächst mit dem punkt verschieben und dementsprechend würden die kreise zeigen wir gleich auch noch was würden die kreise sich alle ändern ne so sie könnten auch ein c da irgendwie dran packen wenn das c ganz klein ist ist es sozusagen ist es eine offene leitung und wenn sie das c größer machen dann kommen sie irgendwann hier hin weil das einfach unsichtbar wird in anführungsstrichen ne für die für das signal so eine parallel schaltung ähm man kann jetzt das mit diagramm auch für parallel schaltung aufmachen das was ich jetzt hier gezeigt hatte war das mit diagramm für impedanzen es gibt auch das für admittanzen was letztlich aus einer punktspiegelung am ursprung hervorgeht ich möchte da nicht zu sehr im detail darauf eingehen weil die vorlesung hier nicht benutzung des mit diagramms ist äh sondern half technik ich möchte ihnen sagen dass es das gibt ich glaube auch dass die wenigsten leute damit heute tatsächlich aktiv arbeiten also dass man das verwendet um irgendwas abzulesen und sich bildlich darzustellen das ist glaube ich noch gang und gäbe das macht man noch aber dass man das tatsächlich verwendet um dann irgendetwas da drin zu konstruieren oder so das ist eher seltener da würde man computer gestützte tools verwenden praktisch heute so deswegen wollen wir das nicht unbedingt zu sehr vertiefen aber trotzdem drüber sprechen kurz ne so nehmen wir mal an wir nehmen hier jetzt ein l dass wir parallel zu diesem 25 ohm widerstand schalten das ist das da dann können sich vorstellen dass l ist sehr klein naja dann macht 1 es schließt das ding einfach kurz wir haben also ein kurzschluss wenn das ganze dann das l größer wird dann wandern wir irgendwann hierhin und irgendwann ist das l so groß dass der widerstand dass die induktivität überbrückt und dann sind wir eben wieder genau an dem punkt das ähnliche aber in der argumentation umgekehrte für die größen von c passiert mit einer kapazität ist im unteren teil wenn das c eben sehr sehr groß ist schließt es den widerstand kurz wir befinden uns hier und wenn das c jetzt kleiner wird hier respektiv hier ist gezeigt für größere natürlich dann wandert man auf so einem kreis das sind auch kreise und das sind letztlich die hier gespiegelten kreise also diesen kreis würden sie auch hier irgendwo gespiegelt finden und dann könnten sie auch das damit arbeiten das gibt es auch auf ihrem server beides ineinander wie gesagt ich möchte es nicht zu sehr vertiefen dann sieht es nämlich so aus ja eben das ist sehr übersichtlich da finden sie jetzt beide smith-diagramme einmal das für die impedanz einmal das für die admittanz ineinander gezeigt in verschiedenen farben immerhin gut beides nicht rot ist das ist das bekannte in rot und das was ich eben angedeutet habe das für die admittanz ist eben das in blau hier reingezeichnet so und sie würden sich jetzt hier den kreis den ich eben da in grün angedeutet habe das ist jetzt hier einer von diesen der ring außen ist ja gut er wird anders verwendet aber ist natürlich der gleiche ja also die äußere begrenzung ist auch alles was erlaubt ist also das ist das gleiche smith-diagramm also sie könnten jetzt mit dem was ich ihnen eben gezeigt haben in diesem bunten teil auch eine impedance an admittanz umrechnen also sie müssen einfach nur den impedance punkt finden im roten da sie müssten im roten jetzt nur den impedance punkt finden und dann können sie am blauen den die dazugehörige admittanz ausrechnen also im prinzip diese eins durch transformation operationen können sie da grafisch ausführen dazu müssen sich nur die phasen eben dann doch die phasen müssen sich dann natürlich um minus ändern also das war vor oben war ist dann unten und so weiter so gut dann würde ich sagen wie später was denn ja genau das viertel vor wir machen jetzt pause bis 10 und dann treffen wir uns wieder also ja 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 ja